So, in dieser Halle, auf die wir jetzt zulaufen, haben sich John Lennon vor der Karte 1957 im Juli zum ersten Mal getroffen. Und da gehen wir jetzt mal hin. Da ist sogar eine Fähigkeit. Tatsächlich. Das ist wirklich beeindruckend. Wirklich. Das war der Tag, der ich Paul mit Paul hatte.